Oder genauso gut, hier Koordination, wenn ich teilweise mit ein paar Freunden von mir in Little Flashes am Spielen bin. Weißt ja, dass ich das spiele, oder? Ne. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber naja. Auf jeden Fall. Ja, wo bist denn du gerade? Ja, ich bin hier beim Baum. Das ist auch immer so eine geile Beschreibung. Ja, ja, Baum. Oder mein Kopf. Ja, wo bist denn du? Ja, ich sehe hier ein paar Blöcke. Ja. So, ey, jetzt muss ich echt mal gucken, ob ich irgendwo noch Obsidian habe. Weil das habe ich natürlich nicht vorbereitet. Unvorbereitet. Wie immer. So muss das. Ja. Oh Gott. Anwesend. Ne, Scheibenkleister, ich habe keinen Obsidian. Nein. Naja, okay. Gehe ich mal schnell farmen, ich habe eine Effizienz-Spitzhacke. Also ich bin gleich wirklich komplett voll mit, ähm... Ne, so ist es weg. Ne, so ist es weggefallen. Ne, Netherswreck? Ja. Oh, das ist schlecht. Weil ich mich eigentlich immer gefragt habe, wieso das Wreck heißt. Ist das ja eigentlich im Deutschen ist das Nethersstein, also muss das ja eigentlich irgendwie Nethersrugs sein. Ja, oder Nethersstone oder irgendwas sowas. Genau wie, äh, Cobblestone. Hm. Naja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man Wreck direkt übersetzt. Das interessiert mich mal, das schaue ich gleich mal nach. ach so ja hier für die zuschauer da unten habe ich die diamanten gefunden so nebenbei mal ja bringen wir mal ein paar mit die sind schon im lager auch verdammt ich echt mal gucken da habe ich schon weiter gemacht wo war denn das noch mal verdammt jetzt kommt wieder der alte farmer in mir raus bin gerade mal in eine kleine abzeige gegangen jetzt stürmt mir nicht nee 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 hatte ich nicht vor dann ist er gut aber ich glaube ja ja alles klar wasser einmal vergessen machen wir noch obsidian auf jeden fall werde ich mir jetzt hier erstmal den gang markieren der ist hier und was habe ich eben gesagt ja netherquartz gehen wir nicht fahren jetzt war es der dritte menschart mal aufbauen bin netter quartz vielleicht hier hier vielleicht noch irgendwas drin gar nichts ich darfst du echt nicht zwei sekunden alleine lassen dann bin ich alles am fahren was geht du bist schon länger als zwei sekunden allein ja das ist das problem egal ach warte mal ich habe doch da unten noch was gehabt ich erinnere mich ich erinnere mich da war ja auch noch ein höhlengang ich habe auch schon mal so ein bisschen angefangen den gang mit weiterzumachen ja ich sehe hier mitten der höhlen sandblock ok wo er keiner war weil ich war ein netherman vermutlich jetzt hier runter alter ich kenne sogar noch den weg gutes gedächtnis naja mehr oder weniger mehr oder weniger mehr weniger mehr weniger mehr weniger jetzt hier noch mal runter ich glaube schon ich habe ja auch schon für die nächsten folgen die ich aufnehmen werde da habe ich auch schon wieder so ein flachwitz vorbereitet oh gott ja haben mit dem thema mehr folgen zu tun okay willst du nicht wissen ne glaube ich nicht ist besser so äh wieviel wieviel obsidian brauche ich denn mal gucken für ein portal willst du die sparversion machen oder die wollte schon eine große version machen ja aber das mit der spitzhacke das geht gut der effizienz geht es gut wenn mich da nicht alles täuscht bräuchtest du zwölf obsidian ne das war die sparwitz oder ja das war die Spanienversion hab ich halt Spanienversion gesagt ich brauch 3,6,12 du müsstest ein sechzehn ne 12 hast recht ja gut wenn ich die Ecken mache dann ein sechzehn oder ich weiß nicht man kann es ja neuerdings auch so machen dass man die netherportale ja größer machen kann ja ja deswegen deswegen 16 also 3 auf jeder seite oben unten nochmal 3 und dann hast du ein 3x3 Tor ja so kannst du es machen ja ich war gerade bei dem kleinen wieder aber übrigens bin ich auch jetzt offiziell out of spitzhacken oh ok ah ich hätte welche da lassen können ach pass ich bin doch schon fast voll mit netherstone oder rag oder rock whatever ja so 10 habe ich schon sehr schön sehr schön jetzt 10 so rüberschleuchten zu der anderen Quelle ach ja ja ich glaube 12 reichen erstmal dann machen wir die Ecken irgendwann später mal und 12 können wir noch ein paar Stunden dauern bis ich da bin ja mach nix ich muss jetzt auch erstmal mal wieder zurück ähm war das der Weg glaube nicht hm ach doch tatsache ha wahnsinn ich ich kenne mich tatsächlich noch in dem Heroin System aus wobei ich glaube eher dass es eher glück war ich will aber auch gerade hoffen man hat gerade nichts gehört wie was hat nichts gehört ja äh äh bei mir meinte gerade meine Wii U einfach mal angehen zu müssen das ist auch richtig toll von Nintendo die machen da ab und zu mal gerne so ein bisschen Bärbung auf dem Crunchwoder und gerade kam das wieder ah sauber ja haben wir gerade was gehört nö weiß ich nicht das ist gut gegangen nee ich müsste hier mal einen richtigen Weg runter machen ah jetzt muss ich jetzt mal wieder was futtern ach du auch hm ich hab gesagt du auch ja 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 so ab und zu mal ja das ist ja nicht so schlimm wie ein Wiremind boah das war ja Katastrophe ja das glaube ich also ich glaube der hat ja wirklich nur 2 Sekunden ausgehalten danach habe ich schon einen Kotzanfall bekommen so ah hier sind wir doch wieder und natürlich es ist dunkel ist ja klar ne Streeticker kommt aus einer Höhle raus ist dunkel ja so muss das ja hallo hallo Spinner hallo Spinner hallo Spinner hallo Spinner 22 Level es läuft ich brauch schon ölf Level ölf ja ölf Level ja ich nehme jetzt noch ein feuerzeug mit das darf ich bloß nicht vergessen sagt und zack feuerzeug gut brauchen wir noch irgendwas glaube nicht ne ich hatte ich wüsste wenn wir schon mal ein bisschen kindern mit ja komm ich kann auch gleich noch was mitnehmen ich glaube ich habe das drüben im netter habe ich noch ein bisschen stehen wir sind das eigentlich wenn ich jetzt schlafen hier müsste es doch eigentlich funktionieren oder klar ich bin nicht in der overworld du kannst schlafen ja tatsache geil hab ich mich gerade erschrocken warum komme ich gerade die leiter runter will gerade raus gehen ich wollte gerade nur einen schlag auf die tür machen auf einmal steht dann zombie pigmen oh ja die sind gefährlich das war mein erster tod hier in dem let's play meine fresse gott jetzt erschreckt mich nicht noch mehr der ist gerade so um hinter der lampe rumgeschissen kommen zum lück bin ich nicht schreckhaft ne ja was hier springen rumlaufen da kommt er ja ab ist schon da oder was ja schon angekommen wach ablösung ich habe doch noch ja ich wollte auch noch blitzern und so weiter mitnehmen und haben auch das ist alles im netter ist alles im netter also so warte ich gebe dir drei spitzhacken ich habe jetzt auch noch drei weißt du was wo hast du dein verzauberung stich da kannst du erst ab 30 level dran ich habe elf level dann würde ich mir schon dass ich einen spitzhacken verzauber ja ok gut kommen kommen sie mit mache ich schön die tür hinter ihnen zu machen bitte ist schon so ok super ähm verzauberungs stich achso er steht da hinten ja labis müsste ich auch noch da haben weil das brauchst du ja mittlerweile auch ach stimmt ja das vergesse ich immer wieder hallo spinne ach hatte ich auch gerade vor tschüss spinne wo bist du denn? ah da hinter dir mhm hier ist mein tolles wohnhaus was ich schon seit ewigkeiten nicht mehr von innen gesehen habe ich glaube da muss man wieder staub wäschen oder mhm mhm mhm